Wie wir bereits in den vorgehenden Videos in Lektion 1 gesehen haben, führen unter anderem große Fluktuationen in Wetter und Klima zu Naturgefahren. Zu den offensichtlichsten gehören die klassischen Naturgefahren, wie hydrometrologische Naturgefahren, zum Beispiel extreme Niederschläge, oder geophysikalische Naturgefahren, wie Erdbeben oder gravitative Massenbewegungen. Darüber hinaus gibt es auch biologische Naturgefahren, welche Thema dieses Videos sind. Biologische Naturgefahren entstehen durch Prozesse sowie Phänomene der Biosphäre und ihrer Wechselwirkungen mit anderen Umweltsphären. Als Biosphäre können alle auf der Erde existierenden Lebewesen von Mikroorganismen über Bäume bis hin zu Menschen bezeichnet werden. Laut des United Nations Office for Disaster Risk Reduction werden biologische Naturgefahren durch biologische Vektoren ausgelöst, wobei Vektoren Vehikel für Stoffe zum Beispiel Krankheitserreger sind, wie sie von gewissen Moskitoarten transportiert werden. Beispiele für biologische Naturgefahren sind unter anderem Epidemien, die verursacht werden, beispielsweise durch Bakterien, Viren, Parasiten sowie giftige Wildtiere, Pflanzen oder Insekten, wie etwa die bereits genannten Moskitos. Je nach Definition fallen nach Waldbrände in die Kategorie biologische Naturgefahren. Es sind somit Interaktionsprozesse innerhalb biologischer Systeme gemeint, aber auch die Interaktion mit anderen Systemen, zum Beispiel mit dem hydrologischen, meteorologischen und menschlichen System. Der Mensch kann dabei gleichzeitig von den Konsequenzen betroffen, aber auch der auslösende Faktor sein. Eine wichtige Komponente bei biologischen Naturgefahren umfasst das wiederkehrende Muster von Variationen an Ereignissen zwischen Jahreszeiten und oder Jahren. Waldbrände im mediterranen Raum tendieren etwa dazu, am Ende eines trockenen Sommers aufzutreten, wenn Vegetation leicht entzündlich ist und die Wetterlage bei der Feuerverbreitung unterstützend wirkt. Weiterhin haben viele Infektionskrankheiten epidemische Zyklen. So treten Grippewellen in Österreich vom Herbst bis zum Frühjahr auf. Wichtig in diesem Zusammenhang auch in Bezug auf andere Epidemien ist, dass epidemische Situationen meist ein Zusammenspiel unterschiedlicher Komponenten sind. Das heißt, dass sich Krankheitserreger nicht zu jeder Jahreszeit gleich gut verbreiten können. Hier spielen die meteorologische Situationen wie Temperatur, Niederschlag oder Luftfeuchtigkeit sowie die Vulnerabilität der Bevölkerung eine Rolle. Diese Vulnerabilität wird ihrerseits durch viele Faktoren bestimmt, unter anderem durch die Altersstruktur, den generellen Gesundheitszustand, aber auch durch präventive Maßnahmen wie Impfungen. Auch der Gesundheitszustand von Pflanzen bzw. die Ausbreitung von Pflanzenkrankheiten können einen negativen Einfluss auf die menschliche Lebensmittelversorgung und damit auf den Gesundheitszustand in einer gegebenen Bevölkerung haben. Dies kann nach hydrometeorologischen Ereignissen außerhalb der durchschnittlichen Schwankungsbreiten oder nach ungewöhnlichen Kombinationen und Abfolgen von Witterungen vorkommen. Ein Beispiel dafür war der Ausbruch der Kraut- und Knollenfäule, auch Kartoffelmehltau genannt, in Irland im Jahr 1845, welche durch überdurchschnittlich warme Temperaturen und feuchte Witterung auch ausgelöst wurde. Dies führte zum Hungertod von mindestens 1,5 Millionen Menschen in den folgenden drei Jahren sowie zu einer Emigration von etwa einer Million Menschen. Neben Pflanzen können wie bereits genannt auch Tiere unter Umständen eine biologische Naturgefahr sein. Die Wüstenheuschrecke kann hier als Beispiel aufgeführt werden. Wüstenheuschrecken kommen normalerweise nur in den halbtrockenen und trockenen Wüsten Afrikas, des Nahen Ostens und Südwestasiens vor, wo der Jahresniederschlag weniger als 200 Millimeter Regen pro Jahr beträgt. Zum Vergleich, in Wien betrug der durchschnittliche Jahresniederschlag von 1991 bis 2020 etwa 700 Millimeter. Wenn die Wetter- und Lebensraumbedingungen für die Fortpflanzung geeignet sind, können mehrere Wüstenheuschreckengenerationen schlüpfen und Schwärme bilden, die sich dann selbst auf Gebiete ausweiten, in denen normalerweise keine Heuschrecken auftreten. Durch den Klimawandel kann es zu einer Veränderung dieser Bedingungen kommen. Die FAO geht im Zuge des Klimawandels davon aus, dass sich Heuschreckenarten weiter nach Norden höher in die Gebirge ausbreiten oder auch mehrere Generationen pro Jahr bilden können. Veränderte Niederschlagsmuster können auch zu raumzeitlichen Veränderungen der Heuschreckenpopulation führen. Die potenziell gefährdeten Gebiete reichen derzeit von Europa und Afrika vom Mittelmeer im Norden bis nach Nigeria und Tansania im Süden. Etwa ein Fünftel der Landfläche Afrikas, des Nahen Ostens und Südwestasiens ist aktuell gefährdet. Die Wüstenheuschrecke reagiert schnell auf sich ändernde Umweltbedingungen. Regen ermutigt das Weibchen, ihre Eier in nassen Boden zu legen und sobald sie ausgewachsen sind, wandern gefügelte Heuschrecken zwischen Gebieten mit jüngsten Regenfällen umher. Wüstenheuschrecken sind sehr mobil und können an einem Tag bis zu 150 Kilometer und mehr zurücklegen. Weiterhin kann eine ausgewachsene Wüstenheuschrecke täglich etwa ihr eigenes Gewicht, circa zwei Gramm, an Nahrung zu sich nehmen. Zur Perspektive, ein Schwarm von der Größe von Paris könnte an einem Tag so viel essen wie die Hälfte der Bevölkerung Frankreichs. Eine biologische Naturgefahr, welche in Österreich von besonderer Bedeutung ist, sind Waldbrände. Ein Waldbrand kann als unkontrolliertes Feuer definiert werden, das zumindest teilweise die Waldvegetation bzw. den Waldboden erfasst. Dies ist unabhängig vom Brandtyp. Hier kann unterschieden werden zwischen Schwelbränden, Bodenfeuer oder Kronenfeuer. Der Ursache, dem Vegetationstyp sowie der Brandfläche. Zur Feuerentstehung sind drei Dinge notwendig. Ein Oxidationsmittel, meist Sauerstoff, brennbares Material und Zündenergie. Für das Verhalten von Waldbränden sind erstens das Brennmaterial und seine Beschaffenheit, zweitens das Wetter und hier sind vor allem Niederschlag und Temperatur sowie Wind zu nennen. Drittens ist auch die Topografie für die Ausbreitung maßgebend. Als Ursache von Waldbränden wird meist zwischen natürlich und anthropogen, also menschengemacht, unterschieden. In der Tat ist ein Großteil der Brände auf den Menschen zurückzuführen. Im Zuge des Klimawandels und der wahrscheinlich damit einhergehenden längeren Trockenperioden und der Zunahme von Hitzetagen kann in Zukunft mit einer erhöhten Waldbrandgefahr gerechnet werden. Sie haben nun einen Überblick über biologische Naturgefahren und deren Wechselwirkungen mit anderen Umfeldsystemen erhalten, sowie einen Eindruck, wie der Klimawandel und der Mensch biologische Naturgefahren beeinflussen können.